Durch 2000 Jahre glaubte die Menschheit, dass die Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um sie drehten und wir unbeweglich in dieser Kugel sitzen? Aber jetzt fahren wir heraus, Andrea, in großer Fahrt. Jetzt beginnt wirklich die Zeit des Wissens. Die Wahrheit ist stärker als die Tyrannei. Die Wissenschaft gewinnt Publikum. Du bist mein Herr, aber ich zweifle, ob das gut ist. Ich schwöre ab, verwünsche und verfluche mit redlichem Herzen und nicht erheutete Glauben. Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Er tut nichts gegen die Vorschriften. Seine Heuhe ist echt. Ich passe auf ihn auf.